moin moin meine lieben freunde und herzlich willkommen bei mr mit mir guitar 5 oder bei red dead redemption und dead nightmare red dead redemption oder redemption alter redemption ach keine ahnung man red dead redemption und dead nightmare wie gesagt ein western spiel von monster games und auch noch ein dlc von zombies wir müssen ein heilmittel finden für unsere familie also für jack und abigail und ja wir gehen jetzt mal hören ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung warum ist das dann? was soll wir tun? ich würde sagen wir versuchen zu finden andere Survivors zu finden und finden eine cure oder wir versuchen zu der Todeskriere zu finden das klingt gut aber aber ich bin nicht sicher dass ich mich für solche shenanigans Ich denke, dass ich ein Fahrzeug zurückkehren und zurückkehren zu den Nordschlanden zurückkehren, auf der Speed des Knottes, bevor ich ein Paper auf die Events für mich für meine Studie bin. Ich bin ein Scientist, nachher all. Ich kann nicht viel Science machen, wenn ich ein Blut-Shot-Dervis ist, kann ich? Ich bin ein Fluss. Ich sage, dass es sehr beeindruckt ist, Professor. Ich gehe nach der Backstreet für Survivors. Nein, nein, vielleicht ein mit dir wäre ich sicher. Können Sie einen Moment hier warten, bitte? Ich werde mich über die Strecke schlafen und zurückkommen. Quick, wir sollten mit mir bleiben, Professor. Wir haben noch eine Gute. Oh, okay. Es gibt keine Worte. Jeder ist bereits tot. Ich habe mein Stoff mit Mr. Nostas. Du erinnerst ihn. Indian Fellow, dumm als Briggs. Was für eine gute Idee. Okay. Vielleicht in ein paar Minuten. Affirmative. Ein paar Minuten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Oh, yo. Nein. Ich kann jetzt nicht mehr von diesem Mann, von Unheimlich. Ich bin nicht mehr von einem Mann, von einem Mann, für uns. Ein Mann, um... Ich bin nicht mehr von unfählen. Ich habe keine Angst. Ich habe ein Mann, würde ich fangen. Ich habe meine Mann, will ich Levi, und einmal in einem Mann blatt. Dann haben wir auch douche Jahre生fert. Ich bin nicht mehr da, Frau. Ich bin so glücklich zu sehen, meine Mann. you've been dead for three years from the small box your mama was dead the small walk onto the porch and boom she ain't my daddy you weren't you weren't a bad man mister you weren't sure he liked to drink but he weren't bad and sure he lacked the company of women but you weren't bad mister you weren't no one deserves to have their blood dry he knew how to use his fist if a woman spoke out of her place he reminded her of it and everything when my mama was dying he said that he was lying with her sister but that weren't true but you said your mother was dead you were hiring mister Braithwaite he's been dead a year and then yesterday he walked up that street eating dogs and he loves animals all the dead folks have come back to life mister only they ain't happy there's plenty kind of salvations all the dead folks? all the folks buried at the cemetery over by the churchyard my god I want to go have a look I want to go have a look you want to come? you want to come? oh yeah guys ahh this is a nice year haha so here comes our first friend boom 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 oh no boom 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 and Red Dead Redemption is one of my favorite games games and I like it much more than GTA 5 yes I have to admit I am a fan of GTA 5 but I have to say it makes more fun than GTA 5 I'll make a bit of the tone a bit of the tone so we don't need it but a bit of the tone a bit of the tone I can already make it so at 16 so and now it's going And now as the fourth as a shepherd as a shepherd if he comes is today is Untertitelung des ZDF, 2020 Wir können immer oben auf den Kopf schießen. Oh, Big Fitti kommt raus. Der kleine Gacke. Wie heißt er? Mordertai Ruberti. Das ist auch eine neue Fähigkeit von John Marston. Ja Leute, und das ist ja auch VTD. Und hier müssen wir auch wirklich Friedhofe säubern und alles und alles. Das wird ein Let's Play werden von mir. Ich werde gleich noch ein Part aufnehmen und dann ist es so, heute erst mal drei Parts rauszukommen. Und dann kommen morgen auch noch mal drei Parts raus. Und dann wünsche ich euch auch nicht noch weiterhin viel Spaß mit diesem neuen Let's Play. Ich habe gesagt, es kommen auch noch Intros rein. Aber, naja, brauchen wir glaube ich auch nicht. Neun Minuten nehmen wir schon auf. Das ist eine schöne Anzahl. Also jede Folge war jetzt. Also die zwei Folgen jetzt eben waren ja. Ist das jetzt eigentlich die zweite Folge oder die dritte? Keine Ahnung. Ich glaube das ist die zweite, ja. Ich brauche deine Hilfe, Herr. Helfe den Überlebenden, Verena die Präzents der Untoten. Dann ist sie wieder kaputt. Ich bin sehr sicher. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich mach das jetzt noch schnell zu Ende und dann sehen wir uns, wenn das zu Ende ist. Bis gleich. Oder wir machen gleich weiter damit.